Moin und willkommen zum neuen Unboxing Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Falla eine Fußgängerbrücke mit der Artikelnummer 120179 aus. In dem Päckchen sind jetzt vier Fußgängerbrücken drin, also viermal die gleichen, weil wir ja den Lindauer Kopfbahnhof ein bisschen nachbauen wollen, was sie ja in den Umbauvideos, die wir schon produziert haben, ja gesehen habt, sind wir da schon relativ weit und relativ auch wieder nicht weit. Und ja, da gibt es ja auch eine Fußgängerbrücke in Lindau über den Bahnhof und dafür sind jetzt die Fußgängerbrücken da. Ja, wir haben uns auch etwas einfahren lassen, weil ja der heißt Ho Chi Ming Fahrt oder wie man ihn auch immer ausspricht, ich kann es ja nochmal reinschreiben, aber wir wollen aus diesen kleinen Teilen uns eine eigene Brücke zusammenbauen. Zwar jetzt halt nicht in diesem Video, aber das haben wir uns so gedacht, dass wir uns viermal diese Fußgängerbrücke kaufen und die dann so zurecht schnipseln. Kann ja vielleicht nochmal ein Foto von diesem Pfad, wenn es geht, ins Video reinschneiden, dass ihr mal so ein bisschen wisst, wie ihr ausschaut. Ähm, ja, da müssen wir dann mal gucken, wie und ob das überhaupt geht. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die jetzt aufmachen soll. Sehr wahrscheinlich mache ich mal eine auf, ja. Also wir präparieren so ein bisschen diese Fußgängerbrücke, die von Falla produziert wird. Okay. Also, so sieht das jetzt aus, wenn man es aufmacht. Da ist dann nochmal beschrieben, was man braucht für den Bau, das ist nicht mit drinne. Und die ganzen, ja, ähm, Bauanleitung, so ist der normal, so soll der normalerweise ausschauen. Aber wir werden den etwas präparieren, dass er halt aussieht, wie der, äh, der Ho Chi Ming Pfad, oder ich weiß immer noch nicht, wie man den wirklich ausspricht. Ähm, ja. So, so sind dann die Teile aus, die man dann zu einer fertigen Brücke dann zusammen kleistert. Ja. Okay, äh, das war's dann erstmal schon wieder mit dem Video. Ich sag mal so, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, auf jeden Fall wisst ihr jetzt halt schon ein bisschen, was die nächsten Wochen, die nächsten Monate, äh, vielleicht sogar für ein Video kommt, Umbau-Video kommt. Vielleicht werden wir euch ja ein bisschen mitnehmen, äh, in die Gestaltung und in die, ähm, um, äh, Präparierung dieser Brücke. Oder dieser, diesen Brücke können. Müssen wir mal schauen, wie das umzusetzen ist. Und, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.